so leute hier sind wir jetzt und ich habe mich schon sehr lange auf diesen tag gefreut habe überlegt wie ich das mache ja so ist es jetzt hier und wie ihr hier seht hier ist irgendwas schickes drunter versteckt und damit werden dieses jahr sehr viele geile projekte kommen im sommer werden wird es auf den spot gehen und hoffentlich werden wir wieder es wird hoffentlich besser als letztes jahr und jetzt deswegen leute da ich mein neues motorrad vorstellen hier ist mein karte im smcr 96 leute sehr geil letztens gekauft und ich bin sehr stolz darauf und deswegen kommt jetzt ein kurzes bike von davon und ich glaube wir werden noch viele sachen daran machen scheinwerfer wird noch anders gemacht die kommen dieses jahr noch drauf also leute dieses jahr wird voller content deswegen schon mal abonnieren und alles glocke aktivieren und dann geht es jetzt zum bike born let's go wir sehen uns im nächsten Video 3 3 4 4 Eie, 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 glick, wow Ga, ga, gazo Glick, kick, wow Ça tue, ça blaise, ça flingue Eie, 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 glick, wow Ga, ga, gazo Glick, kick, wow Non, sincèrement, toi là, tu vois Eie, eie, glick, wow Sieben 690er KTM Das ist doch niemals dein eigenes Bild, Bruder Da hast du auch irgendein Google-Bild genommen Dekor kommt noch Als ob du das Bild gemacht hast, der Ja, ist ein cooles Bike Neue KTM 690 Ne, 8 Danke Moji, ich küsse doch dein Herz Herzlichen Glückwunsch zu den 1 Million Abonnenten auf YouTube YouTube Vielen Dank.